Musik Das nennt sich 220 A Cabrio. Es gibt nämlich auch ein B Cabrio, das hat vier Sitze und ist nicht ganz so formschön. Und dann gibt es die Limousine, selbstverständlich. Aber das A Cabrio war so vom Design her im Prinzip noch ein Vorkriegsmodell. Der hat sechs Sylinder, 2200 Kubik und 85 PS und ist mit Spitze 145 angegeben, die ich nie fahre. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.